Ain't no way, wie geil ist denn das bitte? Freunde herzlich willkommen zu dem neuen Vlog. Wir haben gerade ein kleines Problem, bisschen stressig. Meine Bahn ist gerade ausgefahren, deswegen muss ich jetzt mit dem Auto nach München fahren. Denn dort wurde ich von YouTube auf ein Event eingeladen. So ein Shorts Creator, irgendwas treffen, ich hab echt keine Ahnung. Fährt ist knapp, ich muss um 16 Uhr da sein, wir haben jetzt gerade 13.45 Uhr. Ich würde sagen, Abfahrt. Meine Schwester hat gerade meine Kamera angeschaut. Ich meine, die ist auch still. Alles klar, tschüss, tschüss. Ohohoho, der war nice. Ach der Gasse ist zu, hör nicht auf. Alter, 90 Euro fast, aua. Ja. Drecksdeutsche Bahn. Ich hab sogar über das Ding getankt, wie auch immer. Es gibt nichts heutigeres als öffentliche Toiletten. Boah, ist das. So Freunde, jetzt aber full on Outfit, let's go. Hi, alles gut? Servus, willkommen. Bist du gerade live? Ich mach gerade so eine Art Vlog. Hallöchen. Geat, alles fresh. Ach so, ich wollte den hier machen. Auffahrt, Begrüßung, geil für die Wissenschaft. Danke. Geil. Let's fucking go, Leute. Jetzt könnte ich noch ganz kacken Reisdorf mit der Sonnenbrille runde hoffen. Wow. Bam. Jetzt sind wir back in the business, Leute. Ich bin, glaube ich, die einzige in der Kamera, Alter. Du hast auch eins, oder? Echt? Ich hab da oben eins. Die hängen hier. Boah, wie geil. Leute. Ain't no way. Wie geil ist denn das, bitte? Fuck you. Ey, das ist ja übelst geil. Wieso, Freunde? Ähm. Aber klar sagt dir eine Pause. Weil ich, klar, ein bisschen Raum. Ich versuche auf jeden Fall gerade hier, ähm, meinen Partner zu finden. Denn ich hab Biergarten als, äh, Namen. Freunde. Ich hab meinen Partner gefunden, ne? Biergarten. Biergarten, Daniel. So. Ich muss halt jetzt ein bisschen Foto machen hier, oder? Ja. Ja. Ich versuche jetzt kurz mal... Ja? Ja. Du hast auch Biergarten. Warte, du hast auch Biergarten? Ich hab auch Biergarten. Ja. Let's go. Ich klau mir jetzt Korais Platz ganz frech. Und, äh, Marietta erklärt uns, wie das Ganze funktioniert. Ähm. Ja, du... Was, was, was du was sag... Jetzt sagen. Ja, besser. Das wird jeder sehen kann. Willst du rein? Was ist das? Chips. Wir wollen auch nehmen. Was ist dein Kanalname? Danke. Kurei. Macaroon. Was ist dein Kanalname? Ice Cream Rot und... Ich weiß nicht. Kaisers Arnesine. So. Ab zum Pudi. Wir müssen noch mit Beeilung. Weil... Ich hab's leider gerade schon ein bisschen gesehen. Und zwar, ähm, was für Fanbist angepasst. Sagen wir's mal so. Es gibt... Es gibt Wein? Es gibt... Ich weiß nicht, was das ist. Ach, es ist alkoholfrei. Okay. Warte, das ist alles alkoholfrei. Chocolate Brownies. Auch nicht schlecht. Dann haben wir hier schönes... Zippchen oder so? Keine Ahnung, Alter. Noch gedönst. Ich hab nicht erst davon. Leider von gar nichts. Weiß trotzdem nice. Das Problem war, glaube ich, was ich gesehen habe, ähm, manche ist alkoholfrei, manche nicht. Deswegen muss man's gucken. Okay. 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 Cool. Okay. YouTube Apologis ist alkoholf.